Wir haben zu viel geopfert. Für was? Es wurde in Faustin seit Jahren geopfert und geopfert und geopfert. Für was? Es reicht. Es ist eine Zeit, dass Frieden in diesem Land erscht. Es ist eine Zeit, dass eine Mutter, wenn die Morgens aufsteht, dass sie anstatt die Bilder ihrer durften Kinder. Eine Welt sieht, dass es mit ihnen vorstückt. Es ist eine Zeit, dass die Zustände dort besser werden. Und es ist möglich, Frieden zu machen dort, wenn ein paar Köpfe ihre Sturheit beiseite lassen würden und das Wohl der Gemeinde in Betracht ziehen würden. Es reicht. Es reicht das Blutvergießen. Wisst ihr, was unsere Religion zum Blutvergießen sagt? Allah sagt in einem heiligen Hadith, Allah ist es lieber, wenn diese Dunia, was ist Dunia? Diese Welt zunichte gehen würde, als dann ein Tropfen Blut von einem Menschen auf diese Erde tropft. La ilaha illallah. Hat es nicht gereicht? La ilaha illallah. Wir wollen das nicht. Wir sagen das auch den anderen. Beide Seiten sollen sich miteinander setzen. Europa, die sollen sich darum kümmern, dass diese Gruppen miteinander sitzen und dass wir eine vernünftige Lösung finden. Und ich denke, jeder von euch sollte dieses Interesse haben, dass wir endlich mal dort Frieden sehen, dass es nicht mehr so schlimm ist, diese Zustände. Und die Zustände in Raza können sich keiner auswahlen. Ich war in Raza vor ungefähr zehn Jahren. Ungefähr zehn Jahren. Und da waren schon die Zustände so schlimm. Heute, wenn ich die Bilder sehe, ich erkenne diese Stadt nicht mehr. So schlimm ist das dann. Und die Menschen dort leben, in Armut, in subhanallah. Wie oft oder wie stark muss ein Mensch sein, so eine Situation auszuhalten. Ich denke, die Welt überhaupt an sich sollte sich auch oder sollte das Interesse so stark sein, dass dort diese Menschen Gerechtigkeit, dass sie Gerechtigkeit erleben können. Dass sie merken, dass wir diese kleine Gruppe, die hier sind, diese Zivilbevölkerung, die mittendrin ist. Wir sind sehr daran intensiv, dass wir in Frieden leben. Und das ist nicht mehr so da. Äh, geht. In Schammer.